Schesdeset i četiri Vierundsechzig Negazija jedan Verneinung eins Verneinung eins Ne razumijem reč Ich verstehe das Wort nicht Ne razumijem rečenitsu Ich verstehe den Satz nicht Ne razumijem značenje Ich verstehe die Bedeutung nicht Ich verstehe die Bedeutung nicht Ja, ich verstehe ihn gut Učitelica Die Lehrerin Razumijete li učitelicu? Verstehen Sie die Lehrerin? Verstehen Sie die Lehrerin? Da, razumijem je dobro Ja, ich verstehe sie gut Ja, ich verstehe sie gut Nein, ich verstehe sie nicht so gut Nein, ich verstehe sie nicht so gut Prijatelica Die Freundin Die Freundin Imate li prijatelicu? Haben Sie eine Freundin? Haben Sie eine Freundin? Da, imam jednu Ja, ich habe eine Ja, ich habe eine Kčerka Die Tochter Die Tochter Imate li kčerku? Haben Sie eine Tochter? Haben Sie eine Tochter? Ne, nemam Nein, ich habe keine Nein, ich habe keine